Sehr gute Verwendung ist das Cap Sehr gute Verwendung Stimmt, ich habe auch unten jetzt Dingens In unserem Video kann man so ein kleines Bildchen unten reinmachen Da habe ich auch eins hier drin Was hast du gemacht? Man kann ja auf YouTube unten rechts so ein kleines Bild machen Aha In Videos, da habe ich auch Jetzt eins, letztes reingemacht Ist wunderschön Kannst dir mal angucken, wenn du willst Also ich weiß eigentlich nicht immer Ach das Ding, ja jetzt weiß ich Da kann ich irgendwo mal gucken So Ja Gibt mir nochmal irgendwo so eine halbe Stunde Hab ich Hab ich eine Audioausgabe Nein Das hört sich gar nicht so an, da wird immer was machen Vielleicht gucken Ich guck mal kurz Das Profil Ja nicht Profil, das Das Dings Wollen wir mal gucken Hört man Lefrenchi Nö Gerät So Also derzeit höre ich Letztlich gar nichts Jetzt aber Nach Anfangsführigkeiten jetzt Okay Das ist eine Minute Das ist wie easy Ah Beziehungs, dich hört man gar nicht Mich hört man gar nicht Wow Jetzt sollte man mich hören Okay Also ja, dich höre ich jetzt auch Perfekt Bei mir funktioniert es doch eh immer Ja Also wenn vielleicht mich ein kleines Stück laufen, aber relativ gut So Aber immer noch eine Sekunde Wow Die Kamera ist gerade einfach glaube ich durch die Tortoise geglitscht Perfekt Wie ist das passen? Ja, Qualität Qualität zum Tortoise-Preis Ja So, dann jetzt eben noch Noch eben eine Sekunde Aha Tada Jetzt habe ich glaube ich dann zweimal verlinkt Das ist falsch Äh Warum ist das so? Ah Ah Sehr gelegentlich mag ich die Technik nicht Jetzt aber Sehr gelegentlich oder immer Äh, fast immer Anyway So jetzt Äh, sollte es hoffentlich passen Aber mal So Abschließen Sag Äh So So hoffentlich Äh Erstmal 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 Ich muss auf den Tisch machen 500%-Booster aktiviert Easy Das wird die Runde Nein Doch, ich sag dir Das wird die Runde zerstören Ja Ja Für den komedischen Effekt Ja okay Dann packe ich einfach mal meinen 15 noch mit rein Dann wird es schlimmer So sechs, sieben Let's go Das wird nichts Ach, das wird schon Aber wie viele Mäuse sehen wir gleich Kommt drauf an Wie viele Mäuse Es ist Maus-Saison Also ich sag das BR wird tatsächlich gut Hoffe ich Predigt dich einfach mal Gut für dich jetzt sogar Ach du bist Ja okay Ich hab hier die ganzen Sachen machen Bei mir lädt es langsamer So jetzt Oh Ab in die Ab in die Tut Win, win, win Selbstmord 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 Ich spawn Ich spawn rechts Runter zu Zwischen PC Das übliche Dann bin ich da vorne Du bist glaube ich drei Tode vor mir Du fährst hin, stirbst, fährst hin, stirbst Ich bin auf eine Hälfte Oder so Foreshadowing Foreshadowing Ja Ich brauch echt so ein Soundboard Oder generell so ein Ding Wenn du mir das rumlackst Mh Wow Ja, der arme M18 Nein, nicht der arme M18 Es ist ein M18 Ach ja, stimmt Pech gehabt Der M18 wird gegeizt Warum fahr ich hier den Hügel hoch? Das macht mich 100% langsamer Immerhin hat die Tode im Reverse gehe Wow So nach vorne War grad 50 Ähm, ich hab meinen Top Speed erreicht 19 Da kannst du ja gefühlt hinterher rennen Kannst du auch Wie viel Horsepower hat dieses Ding? Ja, wenn du... Also so MBTs wiegen ja so im Bereich 70 Tonnen, ne? Ähm... Das Ding wiegt 10 Tonnen mehr Und hat nen Engine von einem Drittel Dieser Stärke Da kommt ganz drauf an, was so MBT ist Weil zum Beispiel so'n... Ein Celli Nehmen wir mal einfach ein Celli So'n Celli ist bei so 70 Und wenn du da jetzt noch 10 drauf packst, hast du die Tode Und das Ding hat nen Engine von ein Drittel der Stärke vom Celli Also... Kann man mal machen, ne? So, du bist basically in der Combat Zone Ich bin jetzt gleich im... Im ersten Bereich Ich hab grad schon... Ich hab grad schon... Ich hab grad schon Hans sein Tiger geklaut Wie hast du seinen Tiger geklaut? Geklaut Hab ein Loch eingemacht und dann hab ich... Bin ich eingestiegen und hab geklaut Ja... Warum ist noch kein FC? Zuwundert mich Äh... Das ist wirklich ne gute Frage, ja Außer es sind alle irgendwie draußen sind alle so langsam wie die... Also wie ich jetzt Ah, da steht irgendwas Das sind drei verkehrte Gegner Einer von hab ich Minus ein Ah, noch n Tiger Da steht noch n Tiger Der Tiger hat mich verfehlt Ja... Warum tötet nicht der auch... Man, warum piekt der Bursche? Also unser Bursche Da ist noch n Tiger Das sind zu viele Tiger Ich hab da... Ich hab da... Ne schöne Formation gesehen Tiger... Vorne... Äh... Ich glaub beides Tiger E Äh... Tiger E vorne Ja... Ähm... Jagdtiger in der Mitte Oder Jagd-Tiger auch was es war In so n Jagddingen Und Tiger E hinten Ich hab das in der Mitte geschossen Das sah am dicksten aus Ja... Ich muss ja extrem verdammt aufpassen Weil... Ich kann mich ja nicht safe hinstellen Ohne dass die meine Keepala treffen Die treffen die immer So... Ich fahr... Äh... Fahr einfach mal vorwärts kann der nicht schief laufen Vielleicht werde ich gebombt Wie auch immer Oder steht noch n Tiger Ja... Komm, push mich Ach man... Wie ein... Mein ich weiße Waffe Hat mir da... Ach, der kann von der Seite Auch... Ich hab mich noch... Wie hat er mich vorne getötet? Komm Tiger, push mich Ich bin jetzt aber schon dreißig So... Ey, hier stehen schon wieder zwei Tiger, ey Was ist hier los? Ja, wie doch gesagt Er war einer von der Seite Hier stehen einfach vier Tiger in die Seite Ich meine keiner kriegt mich tot Aber ich sollte nur... Ein Stück Abstand halten Ah... Ah, der Stumptiger wird gebombt Ah, zu weit nach hinten war ich jetzt auch nicht mehr Aufloh Ach Gott Was mach ich hier? Gibt's der? Du lebst doch, oder nicht? Ja Nonpen? Wie? Bonk Ich hab den Gurschen nonpennt Ob, da kommt der Flieger Mit der Bombe Angle Hat geklappt Aber ich... Die Tiger-Spieler machen auch nichts anderes Wie penn ich denn mich in seiner Mantle Wie penn ich denn mich in seiner Mantle? Hallo Twilight Wat? Okay, der hat die... Der hat die gute Schilderin Pfff Der hat einfach sieben Leute auf einmal rausgenommen Der hat mich eurer Pressuret Oh... Ja, echt Diese... Woher hat er noch mein Rohr getroffen? Wo bist du überhaupt? Du bist da hinten? Ja, ich wollte... Ich wollte einen Kollegen anschießen Der hat aber nur mein Rohr getroffen Und irgendwie lebe ich jetzt noch Aber jetzt kommt er für... Jetzt kommt er für mich Er ist für mich gekommen Er kam für dich Ich hab ne... 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 Ich hätte den Booster nicht anmachen sollen Ne... Jetzt nicht Also ich mein für mich läufts eigentlich ganz gut Aber... Ich hab halt das ganze Gegner zum Aufgehalten Ich stream immer gleich dein stream Nein... Copyright? Nein... So... Das ist ja sozusagen hat deine Sicht Ungefähr Weil ich guck dir zu A2 Lines alle Collapse sind gefühlt auf Deutsch Also... Was soll ich da machen? Nicht gefühlt alle Ich bin... Alle... Ja... Stimmt... Alle So, ich rute jetzt aber mal in dem 2 Bonbons aber sind es die saugen oder sind sie noch mal ich hoffe ich so oft nur diese pop machen die normalen aber ja geil wo soll ich piken ist jetzt die frage ja das auf meiner schulter ist ein pokémon da ist das hat so ein kinderhut auf ich einfach mal piken ich meine sterbe ich einfach da hinten ist ein bekam verfehlt ach du bist raus ich dachte du hast noch einen hab mich schon gefragt ob du irgendwann mal ankommst da ist ein gegner wir haben weh verloren was auch nicht schön oi ok turm 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 dreh 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 was machen theoretisch was ist das die hunderte oder so ich stehe noch ein stück als wir gewinnen das bestimmt nicht sehr das geschieht so weil ich nicht mehr drin bin wenn ihr welch noch drinnen ich noch ein paar zahle ja vor mir Ghost Shell? Gaijin. Dein Ernst. Ghost Shell. Was ist das hier? Ich hör das ein Skill schon nennen. Ein Skill? Thank you. Ich mein meine Breach ist orange. Schieß ich noch? Ich schieß noch. Missfeuer. Ich freu mich an wie du noch lebst. Noch ein Missfeuer. Gaijin. Schieß doch jetzt mal. Noch ein Missfeuer. Er hat meine Breach zerschossen. Kann einfach J gedrückt haben. Ich glaub der hinter mir kommt den nicht oder? Was? Hä? Der hätte es halt auf meine Leiche geschossen. Jetzt hat er mich geholt. Nehm ich, was nehm ich, was nehm ich. Ich glaub den nehm ich mal. Der hat Feuerbauer. Guck dir diesen Schonker an. Leer da hinten. Ganz hinten ist der Motor. Und dann hat er da einfach einfach eine Lücke in der Mitte, wo gar nichts ist. Das nennt man Spaced Armor, Max. Das nennt man Spaced Armor. Das nennt man Spaced Armor. Ja. Ich kann einfach durchgucken, wenn ich so unten drunter guck. Dann dissipiert das Ding einfach. So, einmal moderieren. Ich fahre in Combat. Äh, nein. Okay. Weil ich auch noch meinen in dem Zweigart esse. Okay. Aggressiv verliebt. So, ich werd jetzt wahrscheinlich eh drauf gehen, weil B gerade Capture Code und ich einfach hier reinfahre. und ich Hint habe. Okay. Ich werde A zieht. Also, wurde ich schon gesehen. Sehr unschön. Ne, das ist aber wirklich genauer, Raffi, äh, aber wo steht der denn? Irgendwas bei mir... Da, der, ja, der ist tot. Was war das, ein Panther? Uff. War sicher, dass du das nicht noch gewinnen? Was sieht eigentlich nicht ganz gut aus? Nö. Nö? Du bist immer noch pessimistisch? Ja. Okay. Ich nehme mich einfach mal so hin, dass du nicht in unser Team um mich glaubst. Liga, hau ab! Äh, Boss wagt Zeit. Wir müssen letztes Mal Minengeschoss geschossen haben. Da ist er. Jetzt beginnt die Action. Komm, bursche Dive. Kann ich direkt nachladen? Ne, das ist nicht genug Muni. So. Wie du alles sagst, das sind Bomber. Ach. Ist das der Fette von Deutschland? Ah, nix davon trifft eh. Boah. Ja, ist der ganz wütter. Was ist das hier? Warum sind wir einfach Pipes? Hier ist Straße. Achso. So. Immerhin kann ich nicht einfach stuck werden. Weil das Ding einfach überall reifen hat. Ich hab die alle angekündigt, glaub ich. Meinst du das A-Rad? Es sieht mir so aus, aber ich schätze mal für eine Flak. Ja. Aber das ist ja nicht mal einfach ein normaler Truck. Das ist ja schon recht spezieller. Na, wobei der Motors vorn, äh. Könnte. Komm her. Komm her. Komm her Flieger. Der wird nie kommen. So. Muss ich gefühlt in deren Spawn fahren, damit ich den vernünftig anschließen kann. So. Die Flieger fliegt einfach in die Häuser rein. Da ist er. So. Der ist weg. Mal nachladen. Zack. Wie viele geht nur noch? Vier. Der Flieger ist wahrscheinlich neu. Sie sind fünf. Also ich sag dir. Also die Rumpf. Die Runde ist basically vorbei. Wir haben gewonnen. Hab ich doch von Nachbarn gesagt, dass wir was gewinnen? Ja. 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 Jetzt die Seiten wechseln. Ja. So wie Italien. Wollte ich grad sagen. Genauso wie Italien. Aha. Ja. Ja. Da oben. Ist das der gleiche? Ich schätze, das ist einer der gleichen. Ne, ist es nicht. Ich stelle jetzt nur, kriegst du auch wirklich keine Ahnung. Ist das nicht mehr? Oh, ist er. Hat noch nur 20ml fehlen. Hat das RTL 90 deine 90ml? Ja. Deswegen heißen die so. Ah. Ja. A-A. 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 Warum drück' ich gerade so, so A, als ob ich einfach nil fühlste. Ach der ist abgestoß. Ich muss ja nicht auf den warten, was er wieder kommt. Ob der ist der schwere Bomber wieder. warum steht es aber kurz gebrannt habe er das branden teilen das brennende teil ist abgefallen ich glaube seine bombe hat er nicht herausbekommen noch ein hit ich glaube er stützt ab oder jetzt muss nicht mal zehn klicken ich habe ihn in buster trotz machen wird sich tausend selber hat ja na klar dauert ja nur noch 53k zum box ist ja nichts da muss ich nicht da muss ich nicht mehr mit den sexuellen spiel und noch ein down tier let's go rechts versuch an dem sport lang zu wischen und dann in die mitte zu fahren aber schnell durch und passt mir das und jetzt nehme ich nicht die tue das ist so last für so auch wenn es auch wackel wäre warum ist denn jetzt schon arty weil man arty direkt am spielanfang hat ja warum macht man das denn direkt im spawn seiner gegner damit man vielleicht noch leute mit der arty trifft die drei jahre schwer dass worden die eine gewisse person ja wenn du erst reinladen musst dann ist das doch so anyway ich fühle mich langsam bin auch recht langsam ich habe auch bestimmt schon einen gegner hier bei mir direkt vor uns der tauchen gegner direkt in meiner presse ich habe ihn ja wenig gesehen habe ich den verfehlt ich habe ihn verfehlt wie wie habe ich sowas geschafft ich habe mich gerade um die ecke geliehen um mehr zu sehen funktioniert ja gut so was okay ich habe ihn auch geholt also nicht geholt aber okay die beschießen sich den holig die brenner ist rumgepusht warum steht ein tiger der in unserem spawn ist wenn ich nicht gut ja das von welchem spawn aus guckst du von ich habe keine punkte mehr aber gut ich gucke dir wieder zu du hast schon wieder keine punkte mehr ja also das erste da stand auf einmal irgendwer an dem hügel und hat kurz einmal und nämlich eingeschossen und beim anderen war ich fahr zehn sekunden da steht auf einmal ich habe einen tiger in meiner fresse ja welcome to warthunder ich habe euch der eigentlich auch gesagt also ich will dir nicht lang pushen ja ja das ding das kann ich glaube ich ein paar türken also wo standen hinten irgendwo auf hügeln standen tiger oder was hast du beim rechten spawnen wenn du einfach dann geradeaus gefahren bist in richtung schlachtfeld dann stand ein tiger sehe ich ja er hat seinen schuss riskiert und er hat nichts gemacht wie immer ist ja stammt was hier ricochet und wo jetzt irgendwo da unten oder so aber immer diese tiger spieler die wissen was sie tun mag ich nicht warum ich will nicht dass die tiger wissen was sie tun warum nicht warum sind tiger schlau wann haben sie wann wurden sie schlau wer hat sie schlau gemacht die hat sie gegrindet haben für die maus das die maus dabei ist macht eigentlich dummer warum ist sie im milchtruck die decke zählt schon als höheres br ich bin tot bin ich nicht gut sind hier mal die gegner dachte ich fahren hier einfach deutlich offener rum ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot für euch die 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 Grind Flugs? Nee. Dann hast du auch noch was. Ich bin kacke. Du bist kacke. Du bist kacke. Was fängt das wieder an? Das fängt doch immer wieder an. Grind doch einfach mal eine schöne Flacke und dann bist du durch mit. Nee. Ja, doch. Rind ich mein ganzes Leben mit einem Flacke fest. Nein. Natürlich. Weil Frankreich hat wenigstens Flacs. Ja. Immerhin, ne? Ja, dann häng ich da. Darf. Du brauchst halt einfach entweder Skill, Glück oder ne Flacke. Da hab ich alles reinig. Ja, deswegen. Du brauchst ja eins von denen. Welches davon nimmst du mir egal. Ja. Nein, okay. Ist das unser Flieger? Flacs, daibaitegamba. Lef, lef, daibaitegamba. Lef, daibaitegamba ja du, oder was? Ja. Ich geh einfach auf Lack. Nicht Flack, aber Lack. Nicht Lack. Nicht der Lack. Hast du Lack gesunken. Fliegeranarm. Nein, sei nach. Oh, schuldig. Ich kann auch mal diven, dann kann ich ihn auch schreddern. Schredderalarm. Komm, ich weiß, dass du Sluka machen möchtest. Du es. Er war spacebombt, oder was hat der gemacht? Aber dieser Baum hier muss weg. Dankeschön. Warum, warum bleibt der immer so weit oben? Ja, der wird unsere, unseren Plan holen. Ach, Gott. Kann ich auch eigentlich erstmal nachwarten. Ja. Anyway, wo ist dieser Flieger hin oder hat unserer gewonnen? Unsere hat verloren. Keine Ahnung wo der ist, stimmt. Was sind unsere? Oh, von der Bodenschlacht mit dem Flieger überall. Und du kriegst ne Bombe ab. Und du kriegst ne. Und da ist er noch. Der hat den Teemate sehr geschreddert. Da ist er. Der bleibt aber auch so high up zu töten. Da komme ich ja gar nicht dran. Da hinten oben ist einer. Okay. So weit ist los? Jetzt kommt der Flieger runter oder was? Ne. Doch. Wat ein Veikin. Na, ich mach raus. Du kannst wieder spielen. Yes. Also entweder bessere Map oder du stirbst einfach mal nicht so oft. Dankeschön. Ne, ne, ne. Seit wann war ich so gut. Ach Gott. Also gut war ich jetzt auch nicht. Wat hast du jetzt? 7-7? Ach, der Nookplan. Ne. Das stimmt nicht so richtig. Anyway. 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 Nächste Runde. Vielleicht wird das ja besser. Ah. Anyway, ich muss jetzt erstmal den Zybel Song anmachen. Ja, okay. Der wird groß. Äh, ich packe mir aber glaube ich auch lieber einen anderen Panzer rein noch. Wenn ich weiß, was in diesen Slot kommt. Hm. Weiß ich ja nie. Oder ist der R, den 4000? Den packe ich rein, den 4005. Oh nein. Ich hab keinen Bock zwei Hotels zu haben, wovon eine einfach schlechter ist als die andere. Also hab ich keinen Bock drauf. Warum? Ah. Warum? Warum? Was? Ja, wir spielen immer genau das gleiche. Ja, dann fahr ich jetzt unten lang mit meiner Tootail und guck mal ob ich das schaff. Wir sind jetzt andersrum. Ja, wir sind jetzt andersrum. Vielleicht gewinnen wir die Jungs mal mit der guten Seite. Äh. Washer Raten. Hm. Oh, ich bin der Schnellste hier richtig. Ja. Pardo, außen an mir vorbei, jung. Alter. Wo haben die Fahnen gelernt, nicht im Tutorial. Hm. Ich glaub, 99% der Warthansa-Spieler haben das Tutorial nie gespielt. Glaube ich tatsächlich auch. Aber, du kriegst im Tutorial, wenn du vorher keine Runde gespielt hast, kriegst du einfach Golden Eagles. Ein paar. Ich sag den Dingern. Du siehst schon was? Ach, ja, wow, du bist ja schnell dabei. Also ich hab den Schuss verpasst. Ja, pass ich. Aber ich hab mit meiner Tootail Geschwindigkeit. Der hat den Schuss aber nicht verpasst. Direkt Savana. Ach, der Japan-Man. Nee, ich will anfangen gleich. Sollen wir vielleicht runter auf 6-0, dass du deinen Panther nutzen kannst und gründen? Max, ich hab das Gefühl, jede Runde läuft gleich aus. Ich fahr, sterb, fahr, sterb, Ende. Ist das... 9-3 gleich, oder? Ja, da fahr, töd ich und dann sterb ich. Das lohnt sich mehr. Ja. Bonk. Oh. Oh, Tiger 2. Ich mein, es ist nur ein Tiger 2, aber es ist ein Tiger 2. Bonk. Und das ist ein Turm. Ich lieb die Tute. Ich glaub... Abschuss Hilfe. Hast du auch den Tiger 2 angeschossen? Ja. Ah, doch. Doch, doch. Hier steht ein Panther. Oh, ich hab gerade meine Waffe stabilisiert. Au. Der fährt ja gerade links lang. Wenn ich mal eine Wäsche kriege, ich werd gebombt. Und ich werde jetzt sterben, weil ich keinen Winkel mehr hab, um mich zu verteidigen. Von da... Was ist das? Ach, ne, von da oben. Ah. Okay, er hat verfehlt. Wie weit ist der weg? Also 500. Und ein Panther oben hier. Auf dem... Auf dem Top. So, jetzt aber bitte nicht sterben. Doch. Nein. Ich seh den Panther. Da war mal ein Panther. Gut. Der Panther hat nicht mehr nur 100 Millimeter gerechnet. Ich glaube, ich spiele ANTA. Also ANTA im 155 Millimeter sind nur, aber... Ist doch das gleiche. Ist doch das gleiche. Warum hören sich so viele Motoren einfach an wie die vom Flieger an? Ich glaube der eine Flieger aus ATB. Oh, da oben. 50 Cals. What a win. Gibt's jetzt noch irgendeinen anderen Flieger außer den da vorne? Nö. Werden wir möglicherweise in unserem Spawn angeschossen? Äh, ja. Kann sich dieser Flieger mal wieder zeigen? Ach du. Ach Gott. Ich seh schon wieder. Du bist raus. Hör doch mal auf. Scheiße. Nein. Ach. 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 Ich hab's mit was. Kill Assist? Okay, auf den. Hört sich gut an. Lada High. Lada High. Dann kann unser Team mal aufhören zu zerfallen. Nö. Es ist doch nur ein Tiger 2. Wo steht der jetzt? Da oben. Was ist es? Wahrscheinlich der Tiger 2, oder? Oh, den krieg ich glaube ich sogar tot. Ja. Es war ein Wachbetrachter. Der Arme. Ist der für mich? Nee. Ich hab keinen Schuss auf den Tiger 2. Das geht. Jetzt aber gleich. Jetzt. Bonk. Das ist eine fette Bombe. Die literally gar nichts gekillt hat. Okay. Meinst du das ist gewinnbar? Nee, weil ich nicht mehr da bin. Also wir haben die vorletzte Runde auch gewonnen, obwohl du nicht mehr da warst. Lüge. Lüge. Also an dir liegt es schon mal nicht. Lüge. Alter, sind's hier. Viele Flieger. Ja. Du hast alles zu lügen, die du hier vorbereitest. Äh, nee. Ich hab Video Evidence. Äh, nein. Äh, doch. Ich komm nicht mal erklären, das einfach. Alles, was hier von deinem Skill-Iche zu sehen ist, ist auf Twitch.tv slash Spartan Maxi zu sehen. Nein. Doch. Und ich bin jetzt gleich selbst tot. Und? Ach, von dir. Aha. Äh, nö. Äh, ja. Also ich werd jetzt noch irgendwann sterben, aber ich hab ihn erst geholt. Irgendwann ist er. Oh. Ich glaub ich gebosswag. Hört sich gut an. Wenn wir hier oben hin. Das ist einer. So. Er ist tot. Okay, schön. Das ist doof. Ja. Okay, ich bin nicht ganz tot. Das ist gut. Da fliegt einer. Sind die, sind die Leute vorne alle, die sind auf einmal schlafen gegangen? Äh, ja. Drei Stück. Du bist gerettet von, von Motion Auberti. Das bringt mir ja sehr viel. Ich fahr einfach mal weg von dem. Ja. Also der Flieger, der mich angegriffen hat, ich hab keine Ahnung mehr. Ich glaub hier stinkt das auch nicht das Hellste zu tun, aber... Wird schon funktionieren. jemand vor dem eigentliche ja gar nicht mit von Thing. exterminieren. 版in. Irgendwo hier, das ist unser, der wird drauf gehen. Äh tut er nicht, okay. Wo sind diese Flieger hin? Wo? Die IL ist doch drauf gegangen. Wo sind die Flieger hin? Die verschwinden ja nicht einfach. Da sollte ich nicht reinfahren. Na, die verschwinden nicht einfach. Sind die neuen Stealth weiter? Sind die neuen Stealth, ja. F22 und so sind schon im Spiel. Du müsst doch nur mal Loathear spielen. Loathear Flag gameplay. Eben. Hier waren zwei Flieger, die ich nicht ausgeschaltet hab. Sind einfach weg. Kommt ja mal wieder aus, oder? Das muss ich jetzt entertain gameplay machen. Moment. Moment. entweder bin ich gerade doof oder war von da ist ein bisschen barbie ich meine gesehen zu haben dass ich den typen also meinen fahrer ersetzt habe mit 9 die ich mir geholt habe das muss dann aber heißen dass ich vorher kein fahrer hat und trotzdem gefangen also ich ja ich glaube es wäre mir ja der loader hat einfach so ein joystick und fährt einfach das hast du jetzt geholt auch irgendwas machen während du hier noch spielt kannst du irgendwie keine andere spiel starten was nicht viel egal ein der baum muss die vor der station auch zwei flieger das schön einer hat einen german mann gemacht wie üblich auch alles nicht lebt unser flieger noch unser flieger müssen gegner flieger in der luft ich habe ihn verloren wenn er mir nicht gerendert wird gehe ich noch mal die teure flack wo ist der flieger ach übrigens der hat alle seine vier kleinen bomben auf mich abgeworfen obwohl der nur allein hätte weiter schießen müssen also ich glaube nicht wirklich so alle flieger hier auf diesem bär haben sie doch und noch ein tiger 2 so hoch oder vermutlich ja ich glaube ich habe ich weiß nicht ob das meine ein meiner he war glaube ich angeschossen wurde glaube aber ich bin tatsächlich angeschossen mein strahler und meine transmission aus das ist sehr komisch das ist sehr komisch dann haben die das aber wieder schlechter gemacht weil ich meine das schlimmste was du machen konnte es war mit seiner eigenen hat das rohr ausschießen ja ich habe mir jetzt meine transmission rot gehauen und meinen strahler raus ich wäre eigentlich immer noch im pranzös da oben sagen ich bin ich verarscht aber ich habe gestern hier noch im song dringer bei haben wir einmal so mühse so dass man einfach gelöscht kann ich nicht mehr abspielen wow einfach runter genommen von der seite oder ja wow das ist jetzt noch in meiner playlist aber wenn man den sucht ist nicht aufgebaut ich kann ja auch nicht abspielen aber auf youtube gibt es noch ich werde drauf gehen ja die ganze wahl nicht wenn er keine depression hat warum pusht der mich einfach das hat er sich jetzt selbst eingebracht und schlecht und ich werde nicht geboren ich finde da fehlt den knopfer wump 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 wunk Bonk! Erwischt! Ziel zerstört! Ah, da ist so'n Jagdpanzer vor mir. Ah, da war so'n Jagdpanzer vor mir. Wie bin ich top of the team? Äh, weg da, weg da, weg da, weg da. Für dich, ich glaub' wir lagen gleich schnell nach. Okay, du haust ab. Warum auch immer. Er hat mich einfach runter, glaub' ich. Ähm. Jetzt kommt noch'n Flieger rein. Hau ab! Ist der gleiche wie vorher. Gleicher Bomb-Fuse. Wie hat er eine Punkte für'n Flieger? Der ist nicht besser. Ach nee, das ist der, den ich... Ach, das ist nicht der, ähm... Der ist abgehauen, der hat sich neue Bomben geholt. Deswegen ist er wieder ein Flieger. Und wo bist du für's Protokoll? Wir freuen uns. Gibt's überhaupt noch wen auf'n Boden? Denn, äh, also, wo ich nicht weiß, wie du isst. Ähm. Ähm. Krass ist halt grad, dass dieser Flieger in der Luft ist. Kann ja halt nix machen gehen. Ich auch nicht. Wow. Anyway, gib mir mal den 4005. Ey, ich hab' 1800 Spawnpunkt. Was ist das hier? Oh, nee. Wie viel hab' ich? Ich hab' 374. Ich hab' zu hochgeschossen. Na, stehen bleiben. Sack. Ihnen hab' ich gebetet. Meint, du kannst dann mit dem Flugzeug herunterholen mit der, mit der Wache? Das, das ist mein Hauptziel Nummer eins. Das, also, wenn sich die Chance bietet, nehm' ich das sofort. Mit der größten Panzerwaffe mit Flugzeug herabzuschießen. Immer. So, solange ich dieses Ding schon habe, ist es, wann krieg' ich die Chance, dass ich ein Flieger außer Luft hol' will. Ob da. Oh, du hast mich verfehlt. Uwe, shit. Leudit. Blu. Bonk. Also, der Bursche hat nachgeladen, bevor er, beziehungsweise ist wieder einsatzbereit, bevor ich es bin. War nicht so schön. Ich glaub' der andere kann mich gar nicht treffen von mir. Ach, da hinten war ich die Flagge. Ich dachte, das ist mein Motor. Der sich ungesund anhört. Du hast dich geängelt. Bonk. Bursche. Loaded. Okay, die AO0 ist dead. Ich glaub' der kommt aber nicht wieder. Okay, was macht hier das Emo? Löff' ich den? Ich seh' so'n Mini-Angle von dem, aber ich glaub' mir. Oh, sag' dich. Ich geh' nur auf A. Äh. Ach, du repariert das noch. Ich hab' gleich gepusht. Ich hör's doch schon. Und was du fühlst das? Ne, ich hör's. Hören Sie's jetzt, Mr. Krabs? Hören Sie's, Mr. Krabs? Hören Sie's, Mr. Krabs? Hören Sie's, Mr. Krabs? Ja, nein, nein, nein. Du, mein Sir, are looking mighty bonker, Bro. So, sagen die, ähm... ...die, ähm... ...die, ähm... ...die, ähm... ...die, ähm... ...die, ähm... ...die werden, die werden, so... ...wenn du, wenn du, danach, wenn du ein bisschen runterscrollst... ...auf, ähm, Amazon Music, werden dir... ...okay. Ein sehr schlauer Mann, grad, äh... ...den Dingen, den Beitrag, äh, geteilt im Chat. Kann auch was zu bedeuten. Mhm. Auf jeden Fall, die, die werden, so... ...sachen, auf Amazon Music, so Playlisten, dann holen. Ja. Und eine, die heißt einfach, Suppenmesser. Und andere heißt, mein scheiß Musikgeschmack. Wiederum, eine heißt einfach nur Englisch. Eins Playl ist gut. Die sind ja noch gleich, die weiß ich. Nur dein Loader? Gib mir ein neues Fahrzeug. Nur der Loader. Mein Gott. Geil, Jim. Loader. Loader. We've obliterated the enemy Loader. Ja, was bringt mir das... Ja. Fuck off. Kann mein Fliegerfreund vielleicht mal irgendwie Bombe oder so holen? Nö. Tortoise. Fuck it. Let's go to the hill. Pennt mir wenig. Also ich glaub, der pennt mich schon in gewissen Winkeln, aber pennt mich so wenig. Welcher ist zuerst, das ist jetzt die Frage. Ob der war? Ne, der andere. Reicht einfach weiter zurückkriegt. Ja, eine kann Winkeln. Ach, schade. Hätt ich mal mehr Zeit. Runde vorbei. Endlich. Was heißt endlich? Lebt doch mal länger. Endlich. 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 Ich hab jetzt meinen 109 haben jetzt gespailt. Endlich. Ich hab 900 Vorschusspunkte gemacht. Ja. Sollen wir ein anderes BR oder willst du das hier weitermachen? Ach. Guck die Meister gerade an, dann weiß ich. 9-3, ja. Das Spiel mag nicht, dass ich auf 9-3 ändere. Forschen kann ich auf dem... Äh, doch kann ich. Jetzt. Hab dafür. Muss ich mir kurz äh... Kann ich das hier machen? Glaub nicht mehr. Ach. Ach egal. Breslau. Breslau? Ach. Breslau. Die. Äh. Save up dir. Breslau sehen wir ja gleich. Wenn ich das mal laden würde. Aber ich call's. Glauben dir? Oh. Na nehm ich. Oh. Ja, nur sogar. Na nehm ich den und... Na... Niemals. Zwei spawnen. Na. 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 Neee. Ja. Hab ich fast kurz verstanden. Beim Spawn hab ich erst verstanden. Okurwa. Oh. 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 Ich werde einfach auf einmal zum Waschen mehr gehen. Oh. 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 gunnen. Ich geh da rein und dann statt zum Low and Already. Oh, cool nur. Ichnicos. Warum? Ich bin das immer langsam. Ich bin in jedem neuen, dreierPR-Passes schneller als Sohn. Sorry, dass ich eine Engländer spiele. Es ist ja geklade. Ich bin ja gar nicht so tot. Ja, du bist auch gleich tot, weil da ein Gegner kommt. Bitte schön. Hab ihn. Stehst ja aber sicher. Ich hab auch hingeparkt. Kann ich dir so helfen, so kann ich dir helfen. Du hast erstaunlicherweise gut eingeparkt. Jaja, das war der große Panzer-Move. Ich mach drücken und dann food. Genauso wie der Panther, der so den P.T. Fortitude gemacht hat. Hälfte mal beim Brennen. Oh, danke. Nur jetzt, wenn du piekst, aufpassen. Ich hab aufgewacht, ich hab einen Abschluss durch mit mir geholt. Ja. Ich passe aber mal nicht auf, weil... Ich lebe ja eh länger als du. Ich guck auf die Straße da. Du brauch ich... Von wo? Hallo? Von der Front, okay. Ich bin gestorben und du hast mir nicht geholfen. Ja, weil du gesagt hast, du guckst dahin. Ja, ich hab dahin geguckt, aber ich wurde von woanders getötet. Ich hab mich... Ja, scheinbar nicht. Boah, das Spiel macht die Komma an. Das heißt grad nicht. Das ruckelt da so drin, ey. Mit dieser Auflösung. Mit dieser Qualität. Okay, das ist ein Russian Heavy... Ja, nicht Heavy Medium, aber... Ja. Gleicher Punkt. Ich hab irgendwas durch den Zug angeschossen und dann seinen, äh... Das kann ich theoretisch tun. Na, da kommt der, der Sowjet. Der hat mein Turm rausgenommen. Ahhhh... Da kommt der Nächste, der hier pusht. Was ist der Leopard? Komm, Sergeant York, danke. Mit Zeit für die 100... Doch, nein. Doch. Ja, okay, wir sind nicht so weit weg von mir. Ich hab noch 105. Nein, nicht die Winterkammer. Danke. Es ist zwar kalt, aber noch nicht so. So. Ne. Hey, ich muss kurz, tschüss. Ja. Ich könnte bei euch bei der Straße helfen, aber ich tue es einfach mal nicht. Ach, bei dem hab ich den Laser noch gar nicht angepasst. Ja, okay. Ne, Tam. Oh, der arme Deutsche. Aber ich mein, ich hab basic in der ABF Stairs, du halt ohne das F-Stairs. Ja, Volker lieber, ne? Ne, ich glaub, das tut mir ein bisschen. Ja, der hat sich doch nicht reparieren, weil da hat sich irgendwie selber in den Fluss gehauen. Wie hat der Typ getroffen? Sorry. Mein Gott. Ey, 40 Sekunden für... Was ist das? Für einen Däumenkranz? Mein Gott. Du triffst mich auch nicht, Bursche. Lauf'n try. Falscher Knopf. Sorry. Ah. Ah, der Bradley wurde eh angeschossen. Hau ab. Lauf, solange du noch lebst. Ich bin schlecht, weil ihm wieder mein Motor getötet ist. Na, der Bradley neben mir, der, der stellt sich hier auf eine Ridge Line und versucht nur, ihn anzuschießen, aber... Na. Wird doch eh nix, das ist ein Bradley. Ja, den einzigen kilchig runterfahren mit dem 6. Das... The fuck, wie leb' ich? Ich stand mitten in der Bombe drüben. Also ich mein, mein Spiel ist komplett abgeschmiert für eine kurze Sekunde, aber... Ich stand mitten in der verdammten Bombe drüben. Und jetzt kam er zurück. Was ist das hier? Also ich lebe immer noch, aber was ist das? Was? Sewehr... Aber auch Todsewehr, ja. Todsewehr. Die Straße fahr ich weg. Ich bin mir vorhin einfach eben so'n random Typ einfach in meinem Stream. In so'n, so'n Mehmet. Ja. Und das Einzige, was er zugeteilt hat, war... Na bion, kan, kan, kan. Alles im Rüstbuchstaben. In noch'n Spacebomber. Hab da öben! Ich hab irgendwas, was Kollege von mir wollte, aber er war nicht lange da. Uff. Kollege, hab mir nicht gesehen, dass ich den jetzt über auf Deutsch gestellt hab. Jetzt kommt's ab in Übersetzer und dann heißt das irgendwie so... für Frankreich, oder? Keine Ahnung. Aber wenn ich drücke auf Deutsch übersetzen, dann kommt da einfach gar nix. Die kommt der Nachricht einfach nicht mehr angezeigt. Ja. Boah. Ach, die Tu ist tot, okay. Äh... Nicht, nicht einfach dieser Decay, du doch nicht, sondern tu doch nicht. Einfach nur für diesen verdammten Flieger. Tu doch nicht. Springe ich in den Flusswagen? Ja. Im Kanal. Ja. Hm. Fuck, der andere, was ich wollen ist. Da kommt halt den Weg. Wie gar gibt's da eh so ziemlich keinen mehr. Aber die Map ist nicht schön für mein... für mein Setup. Diese ganzen zerstörbaren Objekte sprengen wirklich einfach alles. Oh, Kurwa. Flieger? Ist das ein Flieger, der die Vulken hat? Oder ist das was auf dem Boden, was wir haben? Bestimmt, Nathan. Bestimmt, Nathan. Ach, Machbeck. Nee, das ist äh... Nee, das ist die... die Vulken. Und der A10 hat ne... GAU-8. Keine Vulken. Bestimmt, Nathan. Bestimmt, Nathan. Nee. Du bist hier die A10. Du bist hier die A10. Ach, fahr doch über die Brücke, dann hätte ich nicht lasern können. Überleg's dir doch nochmal. Nimm die Brücke. Naja. Naja. Komm nicht. Naja. Naja. 0. 1 0 0 0 0 0 dass ich danke immer auch ein bisschen geld aber egal das hat sich dann bestimmt das haben spieler gedacht was macht der franzone trifft doch mal die flach nicht wieder von einem getötet also wieso habe ich diesen heli nicht getroffen was ist das ich war fünfmal ja ich kann also ich kann meine gutschein aber benutzen brauchst du mehr punkte geht ja nicht doch man kann den trotz benutzen wenn du brauchst du brauchst ja genug punkte damit du sechs mal sparen kannst ja wo würde ich denn sechs mal sparen wenn ich jedes fahrzeug einmal und dann tickets auf alles als ob ich die tickets da verschwendet außerdem ist ja ich habe einen 9 3er und sonst 6 7 1 und 6 0 für das andere ja manche noch nicht ganz ich mache scouten ich war ein und sterb okay also ich meine dass wir eigentlich auch theoretisch meine strafe man kann ja nicht immer nur reinfahren und sterben ich glaube ich bin im falschen kontinent gelandet warum hast du die sandgarme ich stand doch war es stand auf auto ich brauche die warum die sandgarme ich bin getan die erkennt unterschied zwischen weiß und gelb mich die vollfaust vielleicht german names oder sind die bei uns im team ich glaube das sind bei uns ne ja bei den gegnern überhaupt irgendwas töten kann die engländer ist wahrscheinlich auch schön hier mit dem gen 1 herr mal gucken ob sich denn irgendwelche pixel bewegen mit dem gen 1 herr mal wie schlecht sorry boss dass ich keine ahnung gefühlt 1000 jahre alt bin ich hier mit meinem vollen gen 3 coverage oder was das ist ja ich wenn du ein schweden ding hättest was zeitlich meinem ähneln würde wahrscheinlich 3 7 oder so nein dann wäre es nämlich eben sowas ähnliches was ich hier gerade fahr oder wann ist dein teil gebaut wurden steht nicht bei hast du dir nicht einmal den wiki eintrag durchgelesen da steht eh nur falsche informationen oder mache ich nicht mehr also in den sachen über das fahrzeug steht weil wir in der in der geschichte das immer so bau ja da gucke ich gleich ja nicht gut bin ich wenn ich nicht mehr lange bestimmt tuchst du mit dem ist ein ganz dauber schimmelte nach weil sind erstaunlicherweise weniger gegen die gegner und ich weiß nicht was es ist aber es ist ist es ist am kursen am kursen es ist tom und er ist am kursen wer ist tom und warum kurs der ob da ist er ist ein russischer medium der 80 oder 10 ich habe seine kettung gerade gelb gemacht jetzt ist sie wieder jetzt ist grau warum ist irgendwer den scouten können wenn ich einmal meine position verlass dann guckt er mich an und tötet mich er piekt ja ja ah verfehlt ich treff den nicht mal wie so ziemlich warum oh jetzt das musste eigentlich ein ping ach passt ich fahr mal ein bisschen hier an dir vorbei guck ob ich einen besseren winkel krieg ja nach rechts musst du aufpassen er piekt er steht aber seitlich wenn er sich noch so hinstellten kann ich ihn noch holen vielleicht haben wir was geachtet hat seine bridge allein ist ja auch wie getroffen der war ein kompletten turm und mein motor und alles mein drehkranz durchgenommen und mein turm hast du smoke auf dem ding weil wenn müssen wir das zum rück ziehen nutzen wenn ich dich repariert habe eventuell ja hat relativ viel smoke hat das echt ne stück hallo ist fertig ja sorry ich glaub der piekt da bei uns wieder ja ich hab gleich eine gutscheine mehr verteilt hast du noch gutscheine so verteilt auf das ding oder was meinst du mit so verteilt also dass da ne zahl drüber steht wie viele du drauf hast ja ja wow dann sind das ja noch deine gefühlt gratis gut schon ja trotzdem dann muss ja meine meine universelle benutzen ja aber wie viele davon hast du eine menge oder keine ahnung 30 oder so nur noch 30 oder so 30 oder so 30 oder 20 ich weiß nicht wie auf jeden fall nicht bei viel ich hab mal mehr deutlich mehr ja der ist mir tot denn ne ne nur gefühlt ins wasser gerutscht aber wir halten A warum auch immer also das ist etwas ich hab ja doch er pieg wieder halt einfach mal ruhig man muss nachladen nicht so ich hätte eigentlich dein leben gerade die ganze zeit die erhalten erlaubnis aber weil man spätig über ein video das will ich nicht das sage ich nach dem ich vielleicht mal diesen einlack die shop kriegen um durch zu kommen jemals eine rakete in meinen arsch geschossen ich glaube ich habe einen heli es gab einen bradley dann ist er es auch ja okay dieser bomb will nicht kaputt gehen kann auch der sein und dieser t80 der steht ja schon seit jahren er ist ja 72 der steht ja seit jahren ja klar der nicht anschließt wir sind 64 64 der hat mich zwei mal getötet aber echt der geht echt nicht weg ich habe mir da noch disco geschrieben komischer junge ich habe gehört vor problemen abhauen hilft naja das habe ich jetzt hoffentlich gemacht wenn ich hier so stehen dann kann ich nämlich woanders drauf gucken und ich für ihn bin ich auch nicht mehr da achten irgendwo ist nur 15 da kommt schon der nächste flieger wann kriegen die cv's bitte mal deren anti-air-tracking das ist ein bmp warum krieg ich den nicht tot dankeschön aber er hat mich auch ey was ist das hier so max während du da dings machst spiele ich einfach so ein komisches spiel von microsoft store so ding und seine wo du dem grünen vieh das ding ergeben musste wissen aha ja also entweder meinst du ein spiel was über alt ist oder du meinst ein spiel was ich nicht gerne ein spiel was über alt ist ok ach fuck jetzt habe ich halt die kommt alles katze rauf ok jeder will das nicht streamen bleibt einfach bei warfander kannst mir zugucken wie ich crash oder ja ha nicht mehr ist das trotzdem zunder jetzt danke sonst hast du lauter spiel hm ja ja was habe ich mit dem fuse drin fuck ich bin anti ja ne 10 sekunden ich habe vergessen dass wir abtiert sind ähm einfach ne fache dann kriegt ihr auch werbung ach dann kriegt ihr auch bitte werbung gute frage nächste frage nächste frage ist 650 warum ist vorbei ok man kann den man kann den tab nicht schließen wenn er eine werbung hat doch kann man so wow das wäre es das alte 4 oh ich habe einen neuen pfanzer erforscht der ist amx13 äh frisch amx13 welcher reihe ach da habe ich äh kein klicks willst du den austesten oder äh eigentlich nicht endlich nicht eigentlich nicht sicher schon so hmhm gar nicht weil keine part kein gar nichts ja aber du musst ja neue pfanzer auch machen ja dann teste ich den dann auch meine fresse hehehe äh 670 da muss halt der AL oder so dran glauben keine ahnung was ich rauswerf äh schmeiß den ja das ist wahrscheinlich den ah ja oder die Focker ja stell dir den flieger raus ja das den spielst du ja eh nicht ja hast du den kürzler frei hat der einen autoloader der hat keine oder der hat einen autoloader fickt mich äh ich glaube nicht so einen guten ne so 6 sekunden 5 ja 5 geht eigentlich 5 ist gar er hat noch eine bessere munition als er so hat die hat 20 mm mehr wenn genau 20 mehr wenn ich kann meinen Quatsch mal aufhören zu sterben dankeschön der Quark nein nicht der Quark der Quatsch Quaxi nein nicht Quaxi Quaxi mentioned Quaxi mentioned Quaxi mentioned eine Sekunde er hat aber grandiose Panzerungen 40 mm und 40 mm Quaxi hat grandiose Panzer nicht Quaxi nicht aber der Panzer mehr als der Panzer mit 40 und 40 mm 50 mm 50 mm 100 mm ha 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 are you ready Wenn mir einer eben was, was nur 1 Gramm Sprengstoff hat, oben in die Kuppel rein schießt, dann bin ich tot. Ja, dann just don't get hit. Scheiße. Brauchen wir jetzt, ich wollte schon sagen, irgendwas, wo man nicht geflankt werden kann. Wenn's PR gut ist, dann ist die Tuttle immerhin schön. Die Tuttle ist zwar immer noch schön, aber das PR ist nicht gut. Ja, mach mal 20 Stück mit der AMA Autoloader. Komm, da ist man, wo's wollen wir? Ja, ich spawn links. Kommt doch erstmal gucken, kommt drauf an, wieviel da überhaupt im Auto da reinpasst. Wahrscheinlich wieder nur so 10 Schuss oder so. Ja, aber 10 ist doch gut. Wahrscheinlich nur 8 oder so. Ne, 12 sogar, das passt. Ja, also, mecker nicht. Oh Gott, die Waffe. 12 ist auf dem Niveau von Schwedischer Autonomie oder Top Tier, also passt doch. Ja, schwach. Die Dune ist schwach. Ja, ich kann sein Turm, aber diesmal kommt er, drehen. Ja, ich kann sein Turm, aber diesmal kommt er. So, vielleicht komm ich auch mal an, wenn noch Gegner raus sind. Die Map ist ja nicht so groß, ne? Nein. Und der ist grandios, der Panzer. Der ist grandios. Du bist nur aus Versehen gegen den Nivea 2 gefahren. Der ist grandios, der Panzer. Der ist grandios, der Panzer. So grandios, dass ihr jetzt einen Gutscheinfeld ausgegeben habt. Ja, so grandios ist der Panzer. Ja, eher so grandios ist der Panzer. So grandios, der kriegt eine Kugel ein, die mehr als 40 Millimeter pen hat und der ist kommt der Tod. Ja, das ist aber, das ist aber gefühlt immer so bei allen, zu dem Zeitpunkt nach dem Panzern. Oh, Tiger 2. Traffiert. Und ein BMP, von dem führe ich dich nicht mehr. Von einem BMP. Oh, das ist der hier ist. Hab sein Rohr. Ne, das ist ein anderer hier ist, scheiße. Das ist überall hier was. Na klar, überall irgendwas. Das kann ich jetzt einfach da wachsen. Oh, ich hab den Tiger 2 gekriegt. Und es gibt schon mehr. Warum? Warum? Warum gibt es noch viele Spiele in der Microsoft Store? In Microsoft Store. Spiele, jetzt lädt der nicht. Hat er geladen. Ich glaub, ein IS-3 tötet mich einfach so. Okay, nicht vor Spielen. Ich kann den sich vielleicht, na. Ich mein, wir können auch Fass-Mode so wechseln, wenn du willst. Passt halt nur für dich nicht so gut wie für mich. Jetzt ist schon zu spät. Warum passt das denn für mich nicht gut? Weil bei YouTube das ändern, wenn er nicht so schick ist mit Daumen und Nagel oder all dem. Aber bei mir schenke ich einfach kurz Titel und das Spiele und dann bin ich für jemand. Ja, Pech. Ja, für dich. Eben, Pech. Okay, der Flieger hat aber auch keine Bomben mehr, das ist gut. Ach, das war der Tiger. Ich dachte schon, wie zur Hölle hat ein IS-2 und ein IS-3 gekillt. Das wär weird. Ich dachte, er ist ja, er ist ja, er ist so groß. Bin ich halb stuck drauf, auf ner Mini-Kante. Geil. 80 Tonnen-Ding ist stuck auf ner bisschen Erde. Bester, wenn's doch den Englander der gemacht hat. So, wo kommt da raus, der Gegner? Bei mir, glaub ich. Wenn er überhaupt kommt, was bezahlt will ich jetzt übernommen. Ich glaub, das sind meine eigenen Medien, ja. Meine Friendways. Oh, Tiger-2. Warum hab ich das getan? Das sah mir nach nem Haar aus. Ist doof. Ja, der ist so gut. Sieht nicht nur so aus, es ist einer. Ah, der ist wirklich nicht. Wie krieg ich den weg? Was er gar nicht. Okay, der fährt. Und warum hast du jetzt geschossen? Ich glaub wegen dem Tiger, oder? Äh, weg mal. In dieser Ecke gibt's nur Totenleid. Und bestimmt so ein, zwei Tigers los. Ey, was ist das hier? Ey, was ist das hier? Warum ist hier so viel Smoke? Es ist doch einer. Oder Tiger-2 pusht. Fertig. Warum pushst du? Hier ist ein Tiger 2 in der Ecke. Der hat mich erwischt. Ich kann hier nicht weg, mein Track ist weg. Ich will jetzt hier hinkucken. Oh, zack. Die Straße ist nicht mehr nutzbar, wenn ich weg bin. So wie die hier voll geblockt ist. Überall nur kaputte Panzer. Oh, Bacon, der Arme. Eigentlich ne gute Map für den. Oh, lass dich noch reparieren. Jetzt kanns weitergehen. Viel gemacht habe ich jetzt nicht, aber ich leb noch. Vielleicht ist ein Gegner da. Sehe ich den irgendwann noch. Ja, doch, ein Panther. Non-Penn auf einen Teil, den ich eigentlich pennen dürfte. Das ist ein Panther F, der hat ein bisschen mehr Wumms. Wir haben uns gegenseitig Sachen rausgenommen. Winkel und auch ein Cap. Der schießt mir die Küpeler raus. Der schießt mir nicht die Küpeler raus. Der tut's. Ahhhh. Das ist doof. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Ah doch, block mal. Komm, schieß auf Küpeler. Zwei Leute im Ding, das hält nicht lang. Aha. Noch ein Pen. Ich glaub da unten kannst du aber Pennen. Ne, du kannst mir den Track rausschießen. Ah, ist mein Rohr verfehlt. Er hat mein Rohr rausgenommen. Ah. Ey, ich hab tausend Punkte durch existieren gekriegt. Tausend Punkte. Ich nicht. Ich war zweimal da und dann direkt weg. Ja. Wow. So viel Deutschland. Ah. Es gibt ja gefühlt nur Deutschland in diesem Team. Ich denke, das ist jetzt nur noch ... 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 hier glaube ich nicht so freistehen er hat einfach weiter fahren müssen ich glaube ich hier bis jetzt im ganzen kollar maximal 40 minuten aber wenn du mal nicht so schlecht ja special französisch nur getrackt da weg 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 da ich mich recht erinnert man warum ja ich jetzt den habe ich bin ich bin also die bies ach der heavy jacken so jahre ich das sandwich doch das subway sandwich nicht das infanterie transportfahrzeug ach das ist ein is es ist papa stalin ich glaube der smoke ist weg bevor ich nachgeladen habe unschön das ist gut dass sie so wie es von hinten kommt jetzt sehe ich so leicht seine auflagen das mode muss halt mal weg danke ja wenn ich seinen wegspot sehen kann dann kann ich das ist ja das ist ja großartig gesagt großartig großartig ja graue mercy äh jagdpanzer das wird schwer ein jagdpanzer kommt mir nicht so leicht ach ne das ist ein zerstörer warum habe ich angst davor ich habe sowas das nennt sich 50k äh weil der zerstörer mich hier durch ist weil ich dachte da wäre ein anderer warum ist der auch so hoch ab und ober deutscher miss feier ich habe das gefühl die haben so die missfeier rate auf zu 5 millionen was ist das hier missfeier fest ist die nuke von uns? ne nuke ist nicht von uns alle raus jane dass die runde schneller endet nein äh ja das haben wir verloren das kann ich mit sicherheit sagen ich habe einmal in den teamchat alljout sowie lose faster naaa doch ist ja lustig fix bionets ich meine was soll man sonst machen außer jetzt einfach rein stürmen doch kriege ich noch ein killes ist wenn die den holen falls die den holen ich stehe den nicht kurz 2 amerikanische heavy tanks sitzen an dem plan Ich hab nicht mal Nusses gekriegt, Leute. Oh, Doomsday is here. Da is er. Stell dir vor den Nuke-Planen mit dir, Mann. Ich hab ihn gehittet. Ich weiß nicht, wie man die Dinger bekommt. Objectified. Ja, no shit. Köln ist weg. Ich glaub Musik ist das nicht. Anders kann der Pilz mal in den Hangar. Danke. Ich hab 270 Vorschusspunkte gemacht. 270. Ich hab das Zehnfache von dir. Und bald den FV durch, aber... ... 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 Ich darf aussuchen, du sagst du? ... ... ja aber gelegentlich mal bei zwei wenn wir leiden dann schon richtig dann noch du mit mir warum ist jetzt warum ist es einfach nur gehakt ja ja wir leiden jetzt zusammen aber du leidest immer noch mehr als ich einfach wegen dem flieger ich habe ich habe jetzt aber schon beton 30 ja du hast jetzt schon beton 30 ich habe einen besseren f ja aber ich kann jetzt jetzt noch mehr geht noch mit den leute schießen flugzeugen mäßig oder flieger die den den f1 damit ich irgendwann runterkommen kannst du bau zu 16 ja also noch f1 dann einfach nur als vier und 16 400.000 dann wenn ich 16 habe dann habe ich sogar beide kernflugzeuge von japan ich glaube in europa spielte keiner hat jetzt spielt keine luftschlacht nicht drauf gehen dankeschön ich ganz wie meinst du nein ja also am bestenfalls eigentlich schon auf stream weil man dann beweise hat einfach nicht drauf gehen und auch nicht jetzt danke chat gibt das du wirst es übernehmen sei nicht so dramatisch ich habe ich habe weil ich das lustig fand habe ich mir eine schmucke in meiner lunge inhaliert also die normale fw davon nicht so kunst gehen wie ich ich dachte kurz dass der das die kann man da so und ich glaube ich mach mal und oder du bist jetzt auch attraktion bei mir mein ding ruckelt einfach gerade zu sehr das lebt luft schlachten einfach nicht sagst du das ist jetzt mein stream also du bist jetzt der hauptcharakter und links in der enge ich bin jetzt der stream nein du bist nicht der stream mein stream unser oder ich fliege gerade und dann schon ich dir einfach mal in der 2d nuss das war an einem das da das ist das ist wie kann ich hier in war thunder ich muss mich einfach wieder zur seite schieben so und wo ist es passt es? ja passt das war ja noch nicht so pingelig jetzt so easy definitiv nicht probleme mit der technik ich ich doch nicht was jetzt passiert wie viele sind abgestürzt einer ooooh äh was ein gegner team ähm gegner team hat sich ne erst du neun dreißig und erst du neun dreißig runter geholt und jetzt gerade ist nämlich ein 20 von uns im bogen gequasht ja die ist vor mir angeflogen und sie haben einen bogen gequasht ja wenn ich hier so drauf gehe steht da Mick critically damaged Mick also es haben sich anscheinend noch zwei andere mit angeschossen aber wow boah top tier na ich fliege die ganze zeit rum aber die kütte uns noch nicht ausgewählt oh hier schlecht schießen wenn ich nicht ausgewählt hab launch warning ist weg mir ist ne 21 einfach immer weiter fliegen durch den baum bin ich einfach durch geflogen aber ich habe irgendwann mal gehört dass gaijin anscheinend die baumhöhe gefixt haben soll ne es sind immer noch 40 meter hohe bäume ja schön die radarhöhe wo ich sicher bin ist 50 meter bin denn fehler aber äh fan ich komme einfach mal ein bisschen nerven da hinten hinter mir war anscheinend wäre der sich angeschrieben hat das war es 23 ich sehe bei dir scheint es anscheinend noch zu laufen naja ich glaube also du hast schon mal mehr ausgehalten als bewusst eines teams das zieht mich auf die reichweite ja mann er ist ja ja ich habe keine muni mehr aber ich glaube bei dir ist auch keiner mehr ich sehe auch gar nichts mehr ja also wenn man zwei mp ist welcher schenken hier so viel machen können guck einfach mal wie es so okay einer von uns ist noch mehr für uns und muss sagen dass das radar die ausrechte wo hinschießen muss schon praktisch ja ich sag's dir mal so wenn die anderen f5 jetzt drauf geht das ist wahrscheinlich jetzt passieren wird ja dann sind es nur noch zwei leute also mit dir zwei leute gegen 6 ich empfehle dir wenn du gelandet und repariert ist einfach raus einfach raus stellen ja dann passt eigentlich ich sag's mal so die 104 fliegt in den tod also überhaupt noch los zu fliegen was hat er überhaupt dabei ist das napalm ich glaube der hat napalm dabei beim walter auch wo ich die landung bleiben wo bleibst du anschaue er geht erst auch so 300 auf die seh die nicht nur bei mir So, jetzt erst repariert werden. So, was macht denn so die 104? Das Einzige, was bei mir gedampft ist, ist meine linke Klappe hinten. Ich glaube, da wird vielleicht Space Dive. Äh, ja. Also du hast mehr als genug Zeit. Wow, die MiG-23 sind so alt und denken so gleich wie ich. Haben genau im gleichen Moment die Rakete geschossen. So. Was sind die Radar? Mein Gott. Nee, bye bye. Hui. Ja, dann kannst du basically rausgehen, Runde so weit. Aber, hat die, das möchte ich jetzt nachgucken, hat die NADA-Bi-Wer, die, äh, türkische. Bestimmt. Warum denn nicht? Die ist auf jeden was. Wo ist die Italien? Ja. So, Italy. Äh. Ja, die haben die 8, das stimmt, die haben die rausgenommen. Äh, ja, ich, schön, jetzt kann ich mich nachgucken, ne? Anyway, ich kann basically einfach, welche, ich kann die 100, äh, die G kann ich nachgucken. Die deutsche. Die F-904S. Die F-904S aus dem Factory, bei Italy. Italy, okay. Äh. Ich weiß nicht dasselbe. Äh, hat er ja. Ja, aber welche Bänder ist jetzt die Frage? Äh. Äh. Äh, E, G und I. Nochmal, E, D, I, oder? E, G, I. Sowjetunion. Mit 23 ML. Hat das Band J. Ja gut, da kann er nichts machen, irgendwie. Ja. Aber er hätte so wissen müssen, nach dem ersten Flare, dass er durch ist. So. Auf ein neues. Hoffentlich besser. Abwart. Und ich hab dann bald auch die Radar-Raketen. Oh, ich hab gar keine Radar-Raketen. Ha. Ha, du Opfer. Ich hab dann zwei Front-Radar-Raketen, die höchstwahrscheinlich eh einfach irgendwie was treffen, weil alle so tief fliegen. Max, Max, Max. Quinch. Wow. Die werden eh nix bringen, weil wenn einer nur ein Flugzeug sieht, dann droppt er direkt 5 Millionen Flares und du kannst die noch nicht mal locken mit dem Radar. Äh. Ist die groß die Map? Ja, ein großes Namen. Also du sollst es ein bisschen mehr fliegen. Wäre besser. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Oh, die halbe Runde ist voller Premium. Ja, die halbe, die ganze. Premium, Premium, ich, Premium. Normaler Typ. Premium, Premium. Ne, ja doch, Premium. Muss ich dir aber auch noch mal ein Bild schicken. Ich hab letztens mal ne Runde. Dafür stand mein Team aus zwei Arten von Flugzeugen. Na Premium Mic und der FIS. Und du warst? Ja, die F5. Wow. Bravo. Welcome to top tier. We have utter fools. We have genocide. Na. Meinst du, ich finde solche Leute, die kann man direkt einfach nehmen und in ein echtes Flugzeug setzen? Ich meine, jetzt hab ich schon wieder, jetzt hab ich schon wieder den THG-Radar ping. Ich glaub, es ist eine Flacke auf der Map. Äh, höchstwahrscheinlich. Was gibt's für einen Schlag mit der THG? Eigentlich nicht wirklich welche. Und hier gibt's auch eigentlich keine Flacke, die dich Radar lockt. Das ist ja ein Panzer. Äh, das ist auch kein Panzer. Gut, ja, manche Panzer mit Radaren. Ich schätze, THG ist einfach nur Track. Warum da ein G drin, ist es mir egal, aber... Nee, nee, das ist ja... Nee, nee, das ist ja da drin, wo die ganzen Flugzeuge auch sind, die angezeigt werden, die mich grad pingen, aber es ist auch nur auf der Vietnamen Map, war das, glaub ich. Auf der anderen Map seh ich die nie, diesen THG. Okay. Das ist schon da, wo die Flugzeuge sind. Das siehst du auch, wenn du, wenn du an der Armee guckst. Das ist ja, ich hab ja das Video gewasst. Ach, da, ja. Kann doch mal nach so einer Liste gucken, aber ob ich die finde. Also, es ist immer kein Flugzeug. Yay, endlich mal ein bisschen ausgegeht. Einmal weniger. Jetzt werde ich grad von der R4 verfolgt. Die R4s machen das sehr gerne. Äh, ja. Die haben ja auch Radarraketen, also... Bülü, 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 bülü. Bülü, bülü, bülü. Jetzt hat der einer geschossen. Oh, das ist aber süß. Bülülülülülülülülülülülülülülülül. da hat der schwede mit der radarrakete die ich bald auch nicht eingeholt die m7 aber nur für nahkampf der starfighter self-aware das darf halt an augen ja das habe ich leider nicht gesehen dass er getrennt hat das gegner themen wird ja so ein bisschen durchgenommen und ich bin nicht anders als mal bei irgendeinem gegner da stimmt mir was nicht und die f4 sind dann greifbar aus das weg beschädigt wir sind sehr hart ja bist du zurück ja hat also hart genug dass ich nicht mehr gut weiter fliegen kann aber nicht hat so hat dass ich nicht zum ersten den ganzen also muss nur kommen dass die f4 nicht schlecht aber ich glaube die geteilt nur auf die schafft mich jetzt niemand ich glaube die wechselt auf dich ein jahr ja ich bin gut gut als er mich verfolgt hat hat er einfach nicht mehr aufgepasst auf den anderen der da war ja ich meine hier sind gerade wie viele fünf von uns der hat gar nicht mehr aufgepasst ja ich bezweifle dass wenn ich gleich abhebe dann welche leben es gibt zwei leute einer ist glaube ich nur zornado also der war nur gedamaged und ist gekrascht das war ein paar haupte sind ausnehmen so was musst du im update richtig aufpassen weil das einfach nicht mehr geht dann ab so über 300 stirbst du einmal gefühlt aber wenn ich mit trauern kann war mein fahrwerk im boden ram und auf belly land wenn dein fahrwerk abbricht stirbst du dann auch in großer wahrscheinlichkeit das wird lustig ja und vor allem du kannst du einfach deinen flieger nicht mehr saven wenn du gerade noch auf dem rückweg bist das heißt wenn du damit kannst du gleich einfach vergessen zu landen eins ist um sich mein loader zu ändern was ist dein loader ich könnte noch eine 30 mm mitnehmen für wohnsäle ich könnte aber mitnehmen ich glaube ich dass ich noch einen von den leuten hier das kommt drauf an also ich schätze nicht aber da kommen einfach nur zu luft ja ja ich nehme jetzt die obwohl ich kann auch so nicht mehr aber so ist es nicht ich nehme jetzt einfach die 30 mm mit bodensäle munition da kann ich auch die dicken bunker glaube ich auch knacken ich habe auch ein blind handwerke ich mache mir richtig scheinen da niemanden zu finden oh einer ist gecrashed er läuft gerade nicht nur einer er läuft bis in triple a ist schön weil ich hier keine bots sehe das so die tornado steht schon mal auf dem airfield ist mir jetzt auch egal ja ich kann mich immer so einen leichten panzer so fern also hier bei meiner hälfte gibt es glaube ich noch ein stück was oder diesen einen 30 mm 79 mm das wird warum ist der gramport eigentlich so fett? warum ist was so fett? der gramport, den ich hab weil du da Mundi reinpacken musst. ja, aber wie viel denn? viel? ne, 353 Schuss. ey, das ist viel! was hast du, 30 mal? ja. weißt du, wie groß die kugeln sind? 30 mm. das kannst du, das ist so groß wie deine hand. ja und? und du packst davon 300 rein, plus die mechaniken, dass das in die waffe kommt und wieder raus. ne. doch. doch. und da muss die waffe noch rein. guck mal, wie groß die waffe ist. oh. ja. also. ich finde das schön, wenn ich mir das angucke, das hat einfach so eine andere Spirale einfach rumgewickelt. ja. das heißt, der muss gar nicht so groß sein. der könnte aber nur 80 cm abschneiden. und meine internen Waffen, die stehen einfach auf ihren Munitionskisten drauf. ja. stehen aber drauf. vorne so ein kleines Babyradar. die wir da waren. weil ja, ist nicht groß. auch bei mir nicht. anyway, noch eine runde? abwarte, du mal weiter. bist du, bist du, bist du jetzt so lange, bis ich die jetzt echt dann ab? ne. doch. ne. doch. ne. doch. ne. doch. normal unterschrieben. ja. ich hab jetzt nochmal das schöne Bild gesteckt, was du angucken kannst. ich find's aber schön, dass jedes offizielle Collab und jeder Stream von dir einfach wir beide sind. naja. boah. sonst war das immer nur vielleicht mit Twilight mal gelegentlich auf meinen Kopf. das war halt die Lampen auch gar nicht. da muss ich mich nicht mehr blenden. schon wieder. einfach vergessen. ist das schon relativ große Map. ja. ey. so, ich hebe vor euch ab. so, wie viel ist denn wieder Premium? äh, geht. also letzte runde war deutlich mehr, ne. was ist mit meinem Maus gerade passiert? wo bleibt meine 103%? ich möchte 104 nicht. also langsam lässt, äh, die typische Balsamhaus einfach nach. ne, das ist War Thunder, weil, wenn du, ne, für Flieger, das war damals so, als es diese Prozentzahl noch nicht gab, wo es nur WEP oder MOT gab, da, da, da sollte man für Hafter Burner das Mausrad auf eine Stärke von 57 stellen. und weil 57 ja so ne krumme Zahl ist, hast du auch damals einfach schon die ganze Zeit 103, 104, 102, 104, 105. also hast du ja immer, immer unregelmäßig gehabt. heißt, ich hab halt einfach grad nur Pech, dass ich 103 nicht erwische. das ist schade. also, wenn ich scroll, jeder Scroller ist eine Zahl. äh, wie niedrig hast du's bitte? außer, außer vom Jump, äh, auf 104 von 106, da bist dann... nur mal so, das seh ich jetzt grad, du kannst vom AWR, kannst du die Reichweite rausmachen, wie weit das gucken kann. heißt, wenn du gar keine Pings haben möchtest, schaltest du's aus. wow. ja, kannst du einfach das AWR ausmachen. äh, Optionen, äh, Air-Settings und dann Sensitivity, kannst du auf 1% runter machen. wow. dann sieht das einfach gefühlt nur noch was direkt hinter dir ist. kann ich das auch mies hochwusten, dass ich Sachen von 1500 Kilometern auch seh? du tust du doch, 100%. ja, stimmt, ich seh die Gegner in dem Moment, wo sie spawnen. ja, also... also, runter machen würd's ich wirklich nur, wenn du keinen Bock drauf hast. das schön ist, das zeigen mir nicht meine teammates an. ja. ja, Roman, das funktionieren mag im Relife. ne, du hast im Radar, hast du... also dein Radar von deinen Friendlies sendet nebenbei noch ein Signal zu deinem Flugzeug, was das AWR, äh, das AWR auch aufnimmt. und das sagt dann basically, oh, dieses Modell an Sender haben wir verbaut. das ist ein Friendly. Problem. aber was ist, wenn zuträgerweise der Gegner genau selber Radar verwendet? also genau, also zufälligerweise geht nicht. aber... du könntest höchstwahrscheinlich einfach... also ich schätze mal moderne Dinger, mach es auch ein bisschen anders. aber du könntest... oh, jetzt hab ich die 103. einfach... neues... von irgendeinem Flugzeug, was du klaust oder du einfach das Ding klauen, an irgendeinem von dir dranhängen und das durchnimmt. also ja, du könntest einfach gucken. die Rakete von dem Typen war sehr flair aggro. die wollte meine Flair nicht nehmen. deswegen habe ich gerade einmal die Hälfte meiner Flair eingedrückt. die Rakete wird halt nicht geflair. ich flair, ich flair, ich dreh weg, Rakete zieht immer noch auf mich zu. dann habe ich ja das Flair gleich durchgespammt und die ist abgezogen. ah... ignorier ich einfach mal den da. die ich mal nimm. ah, der wird mal wieder kommen und mich nerven. so, f4i. das habe ich gesehen. hat gerne Flair's mehr. als ob der mich noch hittet, was das für ein desink. was hat der für eine ping? der guckte gar nicht auf mich. ich kaufe ja, ich kann das sagen. nee, du bist nicht. doch, doch, du bist. nicht dich einfach hochkaufen. hast du eh schon immer. aber nicht dich einfach hochkaufen. wer bist du? wer bist du? was willst du? was willst du? ich bin der mit doppelt so viel Spielstunden wie du. lüge. wie kannst du? äh, das ist ne sehr gute Frage tatsächlich. würdest du noch eben ganz schnell mal nachgucken, oder? wo tut man das? einfach auf Steam? hab ich zu vieler weise nicht auf Steam gespielt. oh. ah, doch, ich kann auf Steam gucken. da steht dann unter einer Stunde. das heißt, ähm, ich glaube, du hast recht. also, wenn du schon über eine Stunde gespielt hast, hast du schon mehr als doppelt so viel. ja, ich habe zufällig so 1700 Stunden. ja, dann habe ich bestimmt 3000 Stunden. ja. ja. äh, weniger viel unternehmen. ja. bestimmt 10.000 Stunden. hab ich. na. so, ich setz mir eben einen sicheren Kurs. und eben so eine halbe Sekunde weg. also wirklich eine halbe. schon längst um. das war mein Fahrwerk. oh. ich wollte gerade abheben. und dann bin ich aus, wo ich Richtung Boden wieder gezogen ist. jetzt habe ich mein Fahrwerk abgebrochen. gut, dass wir noch prepatch sind. ja, sonst wäre ich nicht gestorben. ey, jetzt bleibt die Maus nur auf 105. ganz schön, danke. jetzt 103. aha. ich suche jetzt die Einstellung und mach das auf niedriger. ne, du musst einfach, einfach ganz mit Gefühl W einmal leicht andrücken. dann kannst du das auch auf 103 stellen, habe ich auch gar gemacht. ach, ich muss auch controls dafür, ne. mit Gefühl W drücken, dann kannst du das auch ganz einfach umstellen. ne, mit Gefühl W wird das nix. doch, ich habe 103 jetzt durch, mit Gefühl mit W. ähm, Mauswheel Multiplayer runter auf 50. vielleicht wird es dann was. ey, die scheiß Wolken nicht. Ja. dann flieg höher. du kannst auch die Größe des Revers anpassen. benutze ich eh nicht auf solche Distanzen. ja, okay. ich finde das nur, wenn irgendwer einen Kilometer vor mir ist und ich wissen muss, wie ich schießen muss. irgendwie, wo bin ich überhaupt ? ich kann auch was ner rechts. Ich verstehe da nicht, wenn man mit Mach 1 durch eine Wolke fliegt in Real Life. Also an sich bewegt sich immer so ein bisschen was, aber ich glaube so schnell verschiebt es die Wolken auch nicht. Einfach weil das so schön war viel Wasser. Ja, aber da sind ja Eiskristalle drin in den Wolken. Machst du da nicht teilweise ein Flugzeug sehr angekratzt dadurch, wenn du da durchknallst? Also sehr stark nicht, nein. Aber es müssen zum Beispiel Stealth-Flugzeuge aufpassen, weil dann die Stealth-Farbe abgehen kann über Zeit. Ei, 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 die Stealth-Farbe. Ja, die Stealth-Farbe. Ach, das ist ein Puls, was ich hört. Nehmt mal einen Schatz. Die Stealth-Farbe hat, die Stealth-Farbe. Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, weil wenn du dir die B21s so anguckst, die sind erst weiß und dann werden, dann wird da Sachen drauf gemacht. Also entweder ist es weiß und die kriegen noch eine Schicht-Farbe oben drauf oder das Ding ist weiß, wenn es aus der Fabrik kommt, um einfach schön auszusehen und dann wird da die Stealth-Farbe drauf gemacht, die so gräulich blau ist. Also halt die Farbe, die alles Stealth-Flugzeuge haben. Aha. Ich glaube, ich kann mal ein bisschen mehr durchbrennen. Ich habe immer noch den Filter-Tank runter, nachwerf ich ab. Ich kann mal landen, der Filter-Tank. Jetzt. So, lasst das Crashen beginnen. Jetzt ist jeder unten in den Wolken. Ich weiß nicht, auf was ich gehen soll. Ich fliege einfach nur immer so halbkreisend. Hier sind auch wieder so viele 23. Was ist das hier? Mal gucken, ob irgendeine von diesen Raketen ankommt. Ich sag nein. Aber es sind zwei angekommen. Ich fühle mich verarscht. Ah, zu spät gesehen habe ich das. Da ist auch eine angekommen. Ja, hab es zu spät gesehen. Ach, da war zwei Flieger raus. Wir schauen mal mehr als gar nichts. Ich habe die Radar-Kirche, die mich getötet, gar nicht gesehen. Ah? Die Radar-Kirche, die mich getötet, habe ich gar nicht gesehen. Auch kein Ping gekriegt? Nö. Was für ein Flieger? Äh, kann auch mal Mick Inward. Oh, der kann auch sein, dass ich den ab übersehen habe, den Weg. Ja, okay. Also, was heißt Mick Irgendwatt? Mick 23, oder? Mick Inward. Ja. Ich habe jetzt AGM Irgendwatt. AGM 6, 5. Das sind Mavericks. Something, something. Steht da. Luftbodenraketen. Luftbodenraketen, ja. Ach, ich finde, auch gut. Habe ich da so ein Ausdruckbezeichnis für ein Tutorial. Ja, auf dem AWR hättest du es eigentlich gesehen oder so? Oder hast du deine Distanz fürs AWR lehrgerunter? Nee. Das wäre jetzt aber. Ja. Aber. 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 Für mich wäre es das. Okay. Sehr wohl. Dumbo. Sehr wohl. Dumbo. Tschüss. Warte, 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 warte. Okay, okay. Wir haben noch eine Minute, eine Minute, 30. Sind wir bei 12 Stunden 30. Schnell irgendein Fahrzeug-Review. Irgendein Panzer. Her damit. UDs. S3. Also ich sag dir, die F5E, FCU, ähm, grandioses Fahrzeug. Für Leute, die sich selber nicht mögen. Die UDs33 ist ein RAN6 schwedisches Anti-Panzer-Fazer. Welches Torraketen auf den Gegner schießt. Es ist scheiße. Punkt. Fertig Sekunden noch. Zehn Raketen, kein Aim, Missile Nerf. Skippen. Und alles, was hier gezeigt wird, an Kill, an One-Shot-Kills mit den Raketen ist falsch. Das ist der Test-Drive-Bias. In-Game würde sowas nie funktionieren. Wenn hast du über Japan nicht auch Toll Launcher. Ähm, ein. Wie sind so die Raketen? Tastatur gesteckt, gel-gelenkt. Was? Dann sind das keine Zorbus. Okay, dann hab ich einen anderen. Kann man bei den Nachdenken. Ich bin Mausguided. Ja, Mausguided. Tausend Mausguided. Aber wer ist bei den Tastaturguided? Ach, der Dove. Der Dove, wo die so in den 45 Grad-Wingel abgeschossen werden. Wo ist der andere? Äh, der andere ist der Typ 89. Da, 89. Der schießt... Also das erste sieht mir relativ nach einer Toe aus. Äh, ich weiß es nicht, oder? Äh, da... Ne, ist keine Toe. Toe sind besser als das. Ja, ne. Toe, Toe ist kacke, jedes Fahrzeug mit Toe ist weg damit. Anyway. Aus der Staffel bin ich ja schon raus. Ich hab immer noch 8000 Forschungen aus der Runde gemacht. Wegen einfach diesen Zweikel. Jetzt haben wir den 30 Minuten Marker überschritten. Jetzt müssen wir über das 3... Nein. Jetzt müssen wir über das 3 Stunden. Mates. Ah. Mir fehlen 30 Punkte für die RB 71. Ich brauche dafür einen Golden Eagle. Ja, das heißt doch so. Ne, ich kaufe mir das mit einem Golden Eagle. Nee, du kannst den Golden Eagle, der ist in mir verschwenden. Das ist ein Eagle. Der Einer. Ja, Einer. Ein ganzer. Ja. Jetzt hast du dann erst nicht mal so eine schöne Zeit da oben. Hallo. Ja, dann nicht. Okay. Äh. Wann Kollab? Das ist... Ich glaube nicht. Freitag. Okay, ihr habt's gehört. Wann Kollab. Nee. Doch, jetzt gleich. So eine Minute ist das erste Mal. Okay, bis nie wieder. Wir sehen uns eh gleich. Ach. Ah. Tschüss. Bis gleich. Goodbye. Anyway. Äh. Ah, so. Schnelles Ende. Danke fürs Zuschauen. Schaut bei Pommes Clean vorbei. Name ist da. Steht da. Sollte so passen. Äh. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.